Willkommen zurück zu einem neuen Video auf dem Crypto-AG-Kanal. Wir wollen uns heute nochmal sehr interessante On-Chain-Daten anschauen, und zwar den Bitcoin-Value-Days-Destroyed-Multiple und danach nochmal die Long-Term-Holter-Accumulation oder Distribution. Und danach wollen wir uns in der Chart-Analyse nochmal ein sehr interessantes Pattern anschauen, was jetzt ausgebrochen ist. Und dementsprechend würde ich sagen, falls es euch immer gefällt, lasst gerne einen Like oder ein Abonnement da. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir direkt rein mit dem Video. Wir starten auch als erstes mal rein mit einer kleinen News- oder On-Chain-Data. Also es ist ein Report von Bloomberg, und zwar haben die Analysten gesagt, dass über 95% der Spot-Bitcoin-ETF-Investoren geholdet haben während dem Downwards-Movement. Und das finde ich sehr interessant, denn so sieht man auch mal ein bisschen so die Marktstimmung der anderen Investoren und vor allem auch der ETF-Investoren, welche meines Erachtens nochmal ein ganzes Stück konservativer auf den Markt blicken und vielleicht auch eher, ich sage jetzt mal, Weekends wären, was das angeht, und dann vielleicht eher verkaufen würden, deutlich schneller, als das jetzt jemand, der wirklich sehr stark im Cryptospace vertreten ist, machen würde. Aber trotzdem haben diese Leute gehalten, haben nichts verkauft, und somit sieht man ja, dass Bitcoin, ohne dass eine Korrektur von 20%, jetzt keinen sonderlich großen Verkaufsdruck zumindest durch die Spot-ETFs auslösen sollte. Als nächstes wollen wir uns mal die erste On-Chain-Data anschauen, und zwar haben wir hier den Bitcoin-Value-Days-Destroyed-Multiple. Und hier können wir erkennen, haben wir bestimmte Phasen, und immer in diesen Hot-Phasen bewegen sich quasi sonderlich wenige alte Coins auf der Chain, und das bedeutet wiederum, dass wir natürlich wenig Circulation haben und somit auch wenig Nachfrage da wirklich reagiert werden kann, also auf wenig Nachfrage reagiert werden kann. Und dieses Ganze ist jetzt wieder enorm abgesunken. Man kann erkennen, dass es hier meistens in so Phasen der Fall, wenn der Bitcoin-Preis sehr stark und sehr steil angestiegen ist, beispielsweise hier, aber auch hier jetzt im letzten Bullenmarkt, in diesem ersten starken Anstieg. Und das hatten wir eben jetzt wieder, und das ist jetzt aber wieder rapide abgefallen, aus dieser roten Zone raus in die Orangen. Ich hoffe, ihr könnt es hier ganz rechts erkennen. Und das bedeutet natürlich, dass wir hier momentan wieder einen Switch haben und dass wieder mehr Coins sich bewegen auf der Chain, sprich ebenfalls auch auf die Nachfrage reagiert werden kann, die auf dem Markt hasht. Und dadurch könnten wir jetzt eben bald wieder einen Pump mit dem Bitcoin-Kurs sehen oder ein weiteres Upwards-Movement. Und dazu haben wir auch noch eine zweite On-Chain-Date, und diese zeigt uns die Long-Term-Holders Accumulation oder Distribution. Das bedeutet einfach, ob Long-Term-Holder momentan akkumulieren oder verteilen, das bedeutet ihre Bitcoin abverkaufen. Und hier können wir erkennen, waren wir jetzt mehr oder weniger diese ganze Phase, wo wir, ich sage jetzt mal hier, ab den 60.000 US-Dollern, waren wir mehr oder weniger in der Distribution-Phase. Das bedeutet Long-Term-Holder, welche wahrscheinlich auch größere Holder sind, also Whales in die Richtung. Aber auf jeden Fall Long-Term-Holder hier in diesem Sinne sind einfach davon ausgegangen, dass wir mit dem Kurs erstmal anhalten, haben Distributed, das bedeutet Verkauft. Und jetzt switchen wir eben wieder in diese Accumulation-Phase mit diesem Indikator. Das bedeutet, wir können jetzt auch einen Fall sehen, dass wieder Long-Term-Holder oder vielleicht auch Whales, die auch Long-Term-Holder sein können, anfangen zu kaufen. Und wenn die Long-Term-Holder wieder anfangen zu kaufen, können wir hier auch bald wieder einen Pump mit dem Bitcoin-Kurs sehen. Wir formen ja momentan ein sehr interessantes Pattern auf dem Day-Chart, was jetzt auch nach oben hin ausgebrochen ist. Und dementsprechend wollen wir uns dieses Pattern jetzt auch mal anschauen. Und ich würde sagen, wir switchen mal kurz rüber in die Charts. In den Charts angekommen, wollen wir auch als erstes mal einen Blick auf den Weekly-Chart werfen, denn die letzte Weekly-Chart sieht natürlich sehr beeindruckend aus. Wir hatten ja eine Candle, die ja zwischenzeitlich unter die 57.000 US-Dollar gewickt ist und dann trotzdem noch grün geturnt ist und bei ungefähr 64.000 US-Dollar geschlossen hat. Und das ist natürlich sehr stark, denn somit können wir sehen, dass wir hier auch stark aufgekauft wurden. Und das letzte Mal war das beispielsweise hier der Fall, wo wir ebenfalls zwischenzeitlich sehr stark nach unten rausgewickt sind, aber dann doch nach oben hin aufgekauft wurden und einen extremen Pump gesehen haben. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sich dieses Szenario hier erneut widerspiegelt. Das heißt, dass Bitcoin mal wieder einen Chart-Pattern oder eine Chart-Formation wiederholt. Und das Ganze könnte eben mit dieser Hammer-Candle hier, die extrem bullish ist, jetzt der Fall sein. Es wird natürlich nochmal interessant, wie sich jetzt die ganze Woche entwickelt und ob wir es diese Woche schaffen, beispielsweise wieder, ich sage jetzt mal hier, über die 65.500, 66.000 US-Dollar drüber zu kommen mit einem Weekly-Close. Aber das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Und dann wird es eben weitergehen. Und gleichzeitig könnte es natürlich sein, dass wir hier einen Bounce nach unten hinsehen, eben einen Short-Bounce und es weiter nach unten geht. Momentan sind wir also in einer sehr unentschlossenen Lage mit dem Bitcoin-Kurs. Wir sind jetzt gerade ja sehr stark abverkauft worden. Jetzt wieder so etwas angestiegen. Dementsprechend ist momentan einfach noch sehr viel Unklarheit. Was ich auf dem Weekly-Chart noch zeigen wollte, sind die Weekly-Ema-Ribbons. Denn diese haben wir jetzt hier gerade mal angetestet. Die oberste mit der Weekly-Kerze mit der letzten. Das bedeutet, es könnte natürlich sein, dass wir uns hier noch so ein bisschen stärker annähern über so eine Seitwärtsbewegung, die hier vielleicht noch ein Stückchen nach unten geht. Oder, dass wir hier wirklich perfekt bouncen und nach oben weggehen. Das entscheidet sich natürlich jetzt diese und ich würde sagen, vielleicht noch nächste Woche. Und damit wollen wir nochmal vorgehen in den Day-Chart. Denn auf dem Day-Chart können wir sehen, haben wir hier dieses Falling-Redge-Pattern. Und das Falling-Redge sollte ja nach oben ausbrechen. Breakout-Tage davon sind auch ungefähr, von dem Zeitpunkt hier eingezeichnet, wo wir ausgebrochen sind, ungefähr 73.400. Das bedeutet ziemlich genau das All-Time-High. Sagt man ja auch immer so, dass das Pattern quasi ungefähr bis dahin geht, wo der höchste Punkt vorher war. Und das wäre natürlich schon eine interessante Upside vom momentanen Zeitpunkt aus. Denn wir hatten heute auch zwischenzeitlich schon den Breakout-Versuch. Wir waren schon über 65.000. Wurden jetzt aber wieder stark abverkauft. Haben gerade so einen kleinen Retest. Sollten wir aber mit der heutigen Day-Channel bouncen und hier noch grün schließen, könnte ich mir auf jeden Fall in den nächsten Tagen hier deutlich stärkere Upside vorstellen. Wenn wir jetzt nochmal nach oben gehen in den 4-Stunden-Chart. Denn im 4-Stunden-Chart ist es natürlich auch nochmal sehr interessant. Dann wollen wir uns hier auch nochmal ein Fib-Retracement anschauen. Denn wenn wir hier ein Fib-Retracement ziehen von diesem Hochpunkt hier auf den Low-Point hier unten, dann können wir sehen, wurden wir hier gerade so ein bisschen am 0,5er-Fib-Level rejected. Wir können das Ganze natürlich auch nochmal auf die Closest einzeichnen. Sieht aber recht ähnlich aus. Wir sind hier also momentan so gerade die ganze Zeit ein bisschen unter dem 0,5er-Fib-Level am Kämpfen. Waren schon mal kurz drüber. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn wir das 0,5er- und das 0,618er-Fib-Level hinter uns lassen, dass wir auf jeden Fall mit dem Kurs in Richtung oben pumpen können und dann neue All-Time-Highs erreichen können. Falls ihr übrigens aktiv tradet, dann könnt ihr euch natürlich auch sehr gerne über unseren Link registrieren. Der ist immer ganz oben in der Videobeschreibung. Da könnt ihr nochmal jede Menge zusätzliche Boni erhalten. Und falls es euch interessiert, wie man überhaupt tradet und wie das Ganze auf der Plattform funktioniert, haben wir unten auch nochmal unser Trading-Tutorial verlinkt. Da könnt ihr euch das nochmal anschauen. Da wird das alles ausführlich erklärt. Und jetzt wollen wir uns auch nochmal den 1-Stunden-Chart anschauen. Denn was jetzt kurzfristig passiert ist, ist ja, dass wir hier nochmal sehr stark abverkauft wurden mit einer 1-Hour-Li-Kerze und jetzt wieder so ein bisschen nach unten gehen, aber auch von hier abgebounced sind. Das bedeutet, sollten wir jetzt heute weiter, ich sage jetzt mal, in Richtung unter 63.000 US-Dollar fallen. Dann wird es natürlich jetzt nochmal kritisch, ob wir nochmal diese Linie hier antesten oder tatsächlich nochmal nach unten fallen. Sollten wir jetzt aber bouncen und ich sage jetzt mal, über 64.000 US-Dollar oder über 63.000 US-Dollar schließen, dann sieht das Ganze erstmal recht gut aus, würde ich sagen. Und in diesem Sinne, Leute, war es das erstmal mit dem Update. Ich hoffe, euch hat es vielmehr gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like oder ein Abonnement da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zum Video morgen wieder. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.